Das ist kein Mikrofon. Das scheint die... Wer hat sein die... Zum Glück hab ich das noch nicht angehört. Wir haben nicht aufgeräumt nach Jesse. Kurz bin ich in die Limo! Hans, waren wir da hinten drin? Ja, das war ein Scherz. In den Eisleimern. Oh fuck, ich liebe ihn, Alter. Was haben wir gestern Abend?